Hallo! Herzlich willkommen zu unserem nächsten Geo-Fit-Kick-Training. Heute Part 15. Wow, 15 Mal. Das heißt, 15 Mal, drei in der Woche, sind fünf Wochen, oder? Ja, wir haben die sechs vier Wochen. Keine Ahnung, ich lebe eben jetzt. Ja, okay, alles gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ihr habt das letzte Training gut trainiert und seid wieder voll motiviert fürs heutige Training. Wir haben wieder den einen oder anderen Leckerbissen für euch. Ich habe heute Martina gefragt, nehmen wir Gewichte? Sie sagt, nein, Wolfgang, heute machen wir Bodyweight. Ich sage, ist in Ordnung. Dein Wunsch ist mir Befehl. Also, heutige Training für Martina und für dich. Ich denke auch voll für dich, ja. Natürlich. Zum Erholen. Ja, zum Erholen. Wir wollen starten, alles klar. Du brauchst gute Musik, gute Laune, Motivation, den Willen und immer ein Lächeln im Gesicht. Also, die magische Verlust. Eins habe ich schon. Ja. Okay, dann? Gut. So. Erste Übung, guter Stand, Schulterbreit, Hände sind in den Hüften und wir fahren heute mit unserem Baden an. Auf, auf, auf. Ja, sehr gut. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, die Sonne scheint noch ins Dojo hinein. Es ist 18.30 Uhr und dieses Training ist für euch wieder Mittwochs, das ist für das Mittwochstraining. Es ist fast Geo-Fit-Kick-Time. Yes. Ja, und auf, 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 auf. Ja, sehr gut. Delebatten sagen Dankeschön. Sehr gut. Auslockern. Ganz locker. Rechts, links, genau. Höher. Knie. Ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Schön hoch, noch höher, so hoch es geht. Ja, genau. Und eins und zwei. Hopp, hopp, sehr gut. Gut. Martina, wir haben fast das selbe T-Shirt heute an. Ja, was ist das selbe? Wirklich? Selbe? Meinst du ist heller als deins, oder? Vielleicht schon öfters gewaschen. Okay. Wir laufen locker am Stand. Was soll das jetzt heißen, dass du öfter trainierst? Vielleicht. Ich glaube schon. Stimmt, ja. Okay. Habe nach vorne, links, rechts. Ganz locker. Ja, du machst es gut. Und los geht's. Ja, leckern. Das ist gut. Ja, leckern. Das ist gut. Und vorne zurück. Und vorne zurück. Beide einmal nach vorne. Sehr gut. Jetzt nach außen. Schon ein bisschen nach hinten. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Okay, wieder Tetzeln. Arme nach unten aus. Ja, sehr gut. Arme nach vorne und fest auf und zu. Nicht die Beine durchstrecken. Bleib locker. So entlasten wir unser Rückrad. Jawohl. Fest auf und zu. Fest auf und zu. Fest. Wir gehen zur Seite. Wir gehen nach oben. Fest, 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 fest. Ganz fest. Ja. Wir gehen wieder nach vorne. Fest, 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 fest. Wir gehen wieder zur Seite. Ja, ganz fest. Wir gehen wieder nach oben. Ja, jetzt wollen wir dann die Unterarme zu reagieren. Fest, fest, fest. Wieder nach vorne. Okay, auslockern. Sehr gut, wunderbar. Ganz locker. Einmal links, vorne, rechts und los geht's. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, hopp, 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 hopp. Sehr gut. Yes, du machst das gut. Links, rechts, hopp, 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 links, rechts. Jawohl. Dann gehen wir über auf den Haken und links, rechts, links, rechts. Körper bewegen, Hüfte drehen. Nicht einfach nur da stehen. Jawohl, jetzt machst du's gut. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Ganz toll machst du das. Yes. Lächeln. Und wir kombinieren links, rechts, links, rechts. Eins, zwei, drei, vier. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wieder ausdockern. Ja. Die Springschnur, unsere imaginäre Springschnur. Hast du mit? Ja, ja, ja. Da ist sie. Und los geht's. Beide Beine. Yes. Linkes Bein. Ja, wir springen nur am linken Bein. Rechts. Hast du schon vorher gewechselt? Ja, ich dachte, es kommt jetzt gleich. Gut. Du musst es, dass es kommt? Ja. Und jetzt rechts, links. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Sehr gut, Max. Du hast das. Okay. Auslockern. Jetzt ziehen wir das Seil fest. Von vorne zu uns. Ich möchte mich nochmal bedanken für die Zuschriften vom Training 14. Ich habe noch nicht alle beantwortet, aber ich werde das heute noch tun. Und ich freue mich schon auf die nächsten Zuschriften von dir, wie das Training für dich auch und ob du das überhaupt gemacht hast. Ja, was hast du sonst gemacht die letzten sechs Wochen? Und von links fest, zieh, 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 jawohl, durch. Und von rechts, habe ich vorher schon nichts gesagt? Nein, habe ich links gesagt. Ja, hin und wieder verwechselt die Seiten, aber noch hin und wieder. Ja, und jetzt von unten. Hopp, hopp, ja, geh weiter in die Hocke, so in den Sumo-Stand. Okay, auslockern. Arme nach vorne, du stehst breit in die Hocke. Genau. Ganz locker, ganz locker wippen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Sehr gut. Auslockern. Gut. Perfekt. Okay, wir beginnen mit Oberkörper, wir machen gerne einen guten Durchgang, und zwar unser brennendes Dach. Aus. Ja. Heute verbinden wir wieder, wir fangen zuerst an, Liegestütz, Arme nach oben, okay? Lass uns nicht überraschen, was noch alles kommt, aber die Zehen, die ziehen wir jetzt durch. Also, ich zeige es vor, das heißt, ein Liegestütz, eins, abknien, eins, zwei, drei, vier. Zwei Liegestütze, acht, drei Liegestütze, zwölf, und so weiter, und so fort, bis wir zehn Liegestütze gemacht haben. Du bist bereit? Sehr gut. Martina, du bist bereit? Ja. Okay. Wir wollen schwitzen. Der Wille, der zählt. Los geht's. Und eins. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Entschuldigung, eher nicht zu viel. Und eins, zwei, drei. Ich hoffe, es ist zu früh aufkommt, ich hoffe, ich verzeihe. Wir haben jetzt drei Liegestütze, verzeihe mir, jetzt kommen zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und wir machen bei der nächsten Übung. Verzeihe es mir bitte. Und eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Fest nach oben. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir machen fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und wir machen sechs Liegestütze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier. Wir machen sieben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir machen acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei. Sehr gut. Wir machen neun. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Sehr gut. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Und jetzt der letzte Zehner. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. So, ey, cool. Kurze Drinkpause, kurz auslockern. Sehr gut. Ganz toll. Ohlala. Gernbe. Was ist mir gesagt? Okay, wir kommen dann wieder langsam zurück. Sehr, sehr gut. Auslockern. Okay, wir beginnen jetzt mit einer gemütlichen Übung. Ich sehe, du bist gut in Form. Wir machen dann noch einen Durchgang, aber nicht so weit. Und nicht jetzt mit den Armen nach oben, sondern für den Bauch. Folgende Übung, wir machen aber immer nur pro Liegestütz zwei Crunches. Das heißt, einen Liegestütz, eins, setzen, eins, zwei. Und dann wieder am Liegestütz zur Ausgangsposition, unternommen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Yes. Okay. Konzentration. Heißt das Französisch? Konzentration. Okay. Los geht's. Beine hoch, eins, zwei. Beine hoch, eins, zwei. Immer gesetzlich, ja? Und zwei Liegestütze. Eins, zwei. Wir setzen uns. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder. Und wieder drei Liegestütz. Eins, zwei, drei. Und wieder setzen. Und wir multiplizieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wieder ein Unter. Eins, zwei, drei, vier. Und wir machen acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wieder ein Unter. Wir machen fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zehn Mal ein Schütz. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wieder unter sechs Liegestütz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir gehen wieder zurück. Zwölf Crunches. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei. Sehr gut. Wir sind bei sieben. Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wir machen vierzehn. Und wir machen vierzehn. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier. Super. Und wir machen acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wir machen vierzehn. Wie haben wir zum Wochen? Haben wir neun? Acht, 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 zehn. Sehr gut. Wir haben achtzehn. Die letzten zehn. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und noch mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und noch mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Wow. Wow. Wow, Martina, der war gut. Ja. Auslockern. Ja, kurz verhauen. Atmen. Wow, das war gut. Das war richtig gut. Okay. Ich werde morgen ein Sixpack haben. Den wirst du haben. Diese Übungen mit der richtigen Ernährung, da steht dein Traumkörper nichts mehr im Wege. Ich sage immer so, es sind aber schon 60, 65 Prozent die Ernährung und so 40, 35 Prozent ist das Training, die Bewegung. Das heißt, wenn du das in Balance findest, dann steht dein Summer Body nichts mehr im Wege. Okay, wir wollen etwas für unseren Hintern machen, Martina. Das heißt, Position. Dirty Top, ich mache die Übung. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie ist sehr intensiv für den Gluteus Maximus und gleichzeitig aber auch für deine Beine. Position, rechtes Bein suchen, ausstrecken und anwinkeln. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und sechzig. Wow, sechzig. Wow. Martina, ich bin stolz auf dich. Ja, ja. Hast du mich nicht gesehen? Ich habe es gespült, wie du es gemacht hast. Ich habe wirklich alle sechzig gemacht. Ich wusste es. Du hast alle sechzig gemacht? Perfekt. Gut. Ohne rechts kein links. Ohne unten kein unten. Ohne drinnen kein draußen. Also, was soll's, machen wir die linke Seite auch. Bist du bereit? Linkes Bein ist oben und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzig. Zehn noch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sechzig. Wow. Sehr, 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 sehr gut. Das hast du echt toll gemacht. Wir stehen auf. Wir gehen am Stand. Genau. Um unsere Pobacken wieder zu entspannen. Unsere Beine. Wow, das war gut. Martina, wie geht's hier? Gut. Ja. Ja, sehr gut. Okay, auslockern. Das ist wichtig. Okay. Jetzt ein bisschen Lauf vom Stand. Euer Hintern sagt, oh, danke schön. Okay. Gut. Ich möchte noch etwas für den Ganzkörper machen und für die Oberschenkel. Wir lassen die Beine noch eine Runde rasten. Das heißt, jetzt zur Entspannung gehen wir bitte in den Plank. Na was? Komm schon. Der Plank ist doch Entspannung, oder? Gut. Martina, wir haben alle zu geguckt. Also komm schon. Gut. Du links am Bauch. Bei fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Dann starten wir. Ich schaue nur kurz auf die Uhr, dass ihr den Überblick kommt. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und los. Körperspannung. 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 Alles was vorher ist, macht ja keinen Spaß nicht, oder? Spaß schauen wir mal. Wir hatten schon 45 Sekunden. Achtung, wir bleiben. Jetzt wieder den rechten Arm nach oben und zur Seite drehen. Ganz ausstrecken den Arm. Sehr gut, boxen wir jetzt. Ja, schenk mir ein Lächeln. Wir gehen langsam zurück. Jetzt muss ich dir leider meinen Rücken zuwenden. Dann den linken Arm nach oben und wir bleiben. Ja. Ich brauche die Arme nach oben. Du bist rechter Verletzung. Okay. Wir gehen langsam zurück. Wir bleiben noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Fünf. Zwei. Eins. Okay. Gut. Sehr gut. Wow. Hey, die waren gut heute. Du hast das echt gut gemacht. Du hast das richtig drauf heute. Wow. Hey. Okay. So. Wie versprochen. Eine Beinigung noch. Die letzte Übung für heute. Noch eine Powerübung. Dann sind wir schon wieder durch. Wir haben jetzt ungefähr knapp 35 Minuten. Hey. Das muss uns einmal wieder nachmachen. Oder? In einem Tor. Okay. Wir stehen auf. So. folgende Übung. Wir gehen circa schulterbreit. Gehen in die Kniebeuge. Eins. Zwei. Dann hinunter. Ja. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wieder hoch. Und wieder. Zwei Kniebeuge. Ich muss auf die Kniebeuge. Okay. Bist du bereit? Die letzte Übung. Achtung. Und eins. Zwei. Vorher. Vollstrecken. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Hoch. Und eins. Zwei. Und wieder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und eins. Zwei. Drei. Zwei. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und eins. Zwei. Wieder hinunter. Hinunter. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Einmal noch. Eins. Zwei. Zwei. Und nochmal. Fünf. Und eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wow. Super. Das war jetzt so hoch. Wow. Trinkenpause. Danke. Um. Hals. Wow. Okay, wir kommen langsam zurück. Das war richtig gut. Schön, dass du das mit uns mitmachst. Das ist ganz toll. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, wir könnten auch ohne Kamera trainieren, Martin und ich. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit euch zusammen trainieren. Und wirklich, ich bin mächtig stolz auf dich. Das machst du ganz, ganz toll. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen in den Cool-Darm-Modus. Bisschen breiter die Schulter. Und jetzt einfach einatmen, nach oben ziehen. Und dann einfach fallen lassen und ausatmen. Das machst du jetzt fünfmal, bitte. Sehr, sehr gut. Okay. Du nimmst das rechte Bein, stellst du über das linke Bein. So, jetzt müsstest du dringend auf die Toilette. Jetzt möchte ich, dass du hinten deine Hände verschränkst, deine Arme. Dann machst du den Oberkörper gerade und gehst langsam nach unten. Da hast du auf dem linken Bein, jetzt das hintere Bein, ein Ziehen vom Bein-Bizeps, vom Hinterknie weg, ein schönes, lockeres Ziehen. Keine Schmerzen. Also hier keine Schmerzen. Nein, aber beim Dehnen bitte immer aufpassen, wegen Verletzungsgefahr. Es soll ziehen, dass du spürst, dass du den Muskel und deine Seelen dehnst. Aber bitte ohne Schmerzen. Vielleicht ein ganzer kleiner. Gibt es was dazu? Einspannen. Und ganz langsam zurück. Ja, sehr gut. Jetzt andere Seite. Das heißt, das linke Bein über das rechte Bein. Also würdest du wirklich dringend auf die Toilette müssen. Und dann gehst du hinunter. Gibt es was dazu? Ja, sehr gut. Entspannen. Langsam nach oben. Oh, sehr gut. Auslockern. Gut. Wir gehen weiter in Klitsche. Ja, auch wieder, dass du ein Ziehen verspürst, die Adoptoren. Wichtig ist, die Hüfte bleibt vorne. Nicht jetzt mit dem Oberkörper nach vorne, sondern die Hüfte nach vorne drücken. Ja. Sehr gut. Wir gehen langsam zur rechten Seite. Langsam zurück. Schau, dass die Hüfte vorne bleibt. Jetzt zur linken Seite. Ja, wieder zurück. Jetzt geben wir was dazu. Ja, sehr gut. Wir bleiben stehen. Jetzt gehen wir mit den Händen nach unten. Genau. Gehen langsam nach vorne. Gehen, als würde wir eine Liegestütze machen. Legen wir uns auf den Bauch. Schließen die Beine. Aber ich muss ein bisschen zurückrutschen. Sonst siehst du mich nicht. So. Die Hände sind hier seitlich aufgeschüttet. Und jetzt drücken wir nach oben. Versuchen die Hüfte am Boden liassen. Du spürst jetzt deine Bauchmuskeln, wie die gedehnt werden. Schauen nach oben. Und entspannen. Sehr gut. Dann kniehen wir uns hin. Wieder breite Kretsche. Genau. Und jetzt schieben wir wieder die Hüfte. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt gehst du einmal rechts nach vor, links nach vor. Versuche wirklich rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, und links. Sehr gut. Ganz locker. Wunderbar. So. Jetzt schließt du deine Beine. Knie an Knie. Oberschenkel-Dienung. Lass deine Knie bitte auf der Matte, beziehungsweise am Boden. Und jetzt geh so weit als möglich nach hinten. Und versuche, dass du mit deinem Rücken Richtung Boden kommst. Und lass die Knie zusammen und am Boden. Sehr gut, Martina. Und dann spürst du es auf deinen Oberschenkel. Ich habe das mit. Und dann kommst du dir. Jaar du bist. пользu. Jaar du mit. Jaar du mit. Gib mir ein bisschen was dazu, und entspannen, oh la la, das zieht, sehr sehr gut. Okay, dann setzt du dich wieder hin, breite Grenze, sehr gut. Und jetzt versuchst du mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen. Aufrecht lassen, nicht so ein Buckel, sondern schön aufrecht und schau, dass du weit nach vorne kommst. Gib was dazu, entspannen, sehr gut. Jetzt, Beine sind und Füße sind aufgestellt. Jetzt möchte ich, dass du mit deinem rechten Arm über die linke Schulter weiter hinten gehst und dann mit der linken Hand über die rechte Schulter. Okay, und wir beginnen mit dem rechten Arm über die linke Schulter. Und eins, und die Hüfte nach oben. Die Hände sind immer vorne. Zwei, drei, vier. Streck dich. Fünf, zwei, sechs, sieben, acht. Noch weiter. Neun, und eine noch. Zehn. Oh, sehr gut. Wow, das hast du gut gemacht. Und möchte ich, dass du dich am Rücken legst, Arme weg, Beine ausschrecken und dass du komplett entspannt bist. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Sehr gut ist wenig. Du bist komplett entspannt. Du bist gesund. Du bist glücklich. Du bist reich. Und mit jedem Tag geht es dir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Und das fühlt sich gut an. Und dieses Gefühl sollst du jeden Tag haben. Jeden Tag. Wenn du einen Tag nicht dieses Gefühl hast, dann ist es ein verlorener Tag. Ich weiß, jeder von uns hat sein Winkchen zum Tragen, seinen Rucksack und seine Herausforderungen. Aber für jede Herausforderung gibt es eine Lösung. Naja, jetzt werden natürlich einige sagen, ja Wolken, du kennst meine Probleme nicht. Nimmst das Wort Problem, kappt es. Es sind Herausforderungen. Wie eine mathematische Rechnung. Ihr bekommt eine Rechenaufgabe und ihr sollt diese lösen. Und ihr schafft es. Das weiß ich. Aber wenn ihr jeden Tag nur von Problemen redet. Wenn ihr jeden Tag nur von Angst redet. Wenn ihr jeden Tag nur über Sorgen redet. Was wird kommen? Genau das, worüber ihr redet. Deswegen redet über eure Ziele. Über eure Träume. Über alles, was ihr schon erreicht habt und was ihr noch erreichen wollt. Und noch einmal. Jeder von uns hat seine Herausforderungen. Der eine mehr, der andere wenig. Macht eure Hausaufgaben. Und ihr werdet sehen. Ihr könnt euch dann nehmen. Genau das, was ihr wollt und das, was ihr braucht. Aber ohne Kontinuität. Das ist wie beim Training. Beim körperlichen Training. Viele träumen vom Traumbody. Denken sie, ich hätte so gern das oder das. Oder dies oder jenes. Aber mit einem Monat Training ist zu wenig. Training, das ist über Jahre hinweg. Ein Leben lang. Ein Leben lang den Körper in Form zu halten. Und das ist Wohlbefinden. Und genauso ist es mit dem positiven Denken. Es geht nicht von heute auf morgen. Natürlich, die Glückscheißer, die wissen es immer, wie es nicht geht. Und es gibt immer Menschen, die sagen, ja klar, du bist ja, du hast ja so viel Glück und du fliegst auf die Butterseite. Also, das bin ich bei Gott nicht. Und ich werde und habe bis jetzt meinen Erfolg gekämpft und werde es in Zukunft auch tun. Und das könnt ihr genauso. Ich möchte, dass ihr euren Traum, euer Ziel, holt euch das jetzt vor Augen. Seht es. Spürt es. Riecht es. Schmeckt es. Genau das, was ihr heute bekommen wollt. Und stellt euch vor, als würdet ihr das in dem Moment erreicht haben. Wie schön, dass sich das anfühlt. Dort. Okay. Und dann. Im Moment. Und dann. đó, ich bin es. Und dann. Atme tief ein und tief ausatmen und du bist wieder hier, du öffnest deine Augen, du hast ein Lächeln im Gesicht, du bist befriedigt, du hast etwas getan und alle, die heute nichts getan haben, du sollst sie hinten anstellen, schau auf dich. Martina, ich bin stolz auf dich. Ich habe mich auch. Gratulation. Hast du richtig voll gemacht, Wahnsinn. Ich bin stolz auf dich, das war wirklich tadellose, tadellose Leistung, dass es mir rausbringt. Nein, wirklich. Und es ist mittlerweile die sechste Woche, die sechste Woche, wo du wirklich dein Ding durchziehst. Und so machen wir das weiter. So machen wir das Freitag. Immer wieder und immer wieder. Und irgendwann, wenn wir dann zu den Schnellweißen haben und sagen, das Training tut uns gut. Okay, die sechste Woche ist angebrochen. Es wird immer besser. Mit jedem Tag wird es besser. Und heuer ist alles anders. Es ist nicht so wie vorletztes Jahr, auch nicht wie vor fünf Jahren. Es ist alles anders. Aber mit dem werden wir uns abfinden. Und wir werden Lösungen finden, dass es wieder schön wird. Und dass es vielleicht schöner wird. Aber wir gehen weiter. Wir lassen uns unser Leben nicht nehmen. Deswegen gebt es nicht auf, dass ihr alle schlecht dreht, sondern macht es das Beste draus. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage danke. Danke, dass du dabei warst. Nochmal mein Appell. Vielleicht empfehlt es mir weiter. Abonniert es unseren Kanal auf coaching-scheifinger.at YouTube. Teilt es, post es, gebt es mir Feedback. Ich freu mich. Ich freu mich so sehr. Wenn ich noch nicht über ein Zugschirm habe, ich werde es machen. Und ich freu mich wirklich, dass ihr dabei seid. Und nur so schaffen wir das miteinander. Ich freu mich auch. Absolut. Ich freu mich wieder, wenn wir uns umarmen können. Ich gehe nur darauf, es wird bald sein. Wir schaffen es. Okay. In diesem Sinne. Stand up. Du weißt. Hachime. Kick. Ciao. Tschüss.